Meinst du, wir schaffen es zur anderen Seite, auch ob es die schwerere Seite ist? Ausprobieren. Ja, okay. Musste mit links antippen, Schulterzeichen zur Tribüne und wieder Handwechsel und los. Probier mal langsam. So, linke Hand, Handwechsel jetzt, Schulter, jawohl. Ganz toll, Nick. So, linke Hand, Handwechsel jetzt, Schulter, jawohl. Prima, Giuliano. Schulterzeichen, noch mal, mach es noch mal, noch mal, noch mal. So, Hendrik, jetzt nimmst du dir ein bisschen mehr Zeit, machst es erst mal langsam. Ja, und wenn du in den Wurf gehst, bleibst du erst mal ganz ruhig und wirst erst mal groß, dass du Giuliano siehst, damit du ihm den da auch reinschenken kannst. Ja, okay. Und los geht's. Schulter, jetzt. Ruhig bleiben. Ja, Giuliano, prima. Handwechsel, jawohl. Hier geht's! Ja, das geht's. Bis zum nächsten Mal. Ich konnte die Handwechsel aus. Ich hatte das. Aber da ist das anders. Ich bin immer noch nicht klar. Ich bin aber auch nicht weißele. Das ist, ich bin ich im Dank. angenehm, das ist es nicht hinterher. Vielen Dank.